... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiners konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krips oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Sparate ist mein Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach, Gettel? Der Bied der hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühen... Ich sei Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist unruhehrlich. Die Generalität ist doch der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär-Molationen nur behindert! Es hat mich gegen nur als ein bisschen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von daher alle Hörer-Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am ganzen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Und jetzt! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Nur der Befehl ist in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Das ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich gewaltig. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Lohn Sie, was Sie wollen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee verschirbt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetauschen.